Da brennt alles der ganze Wald. Ach du Scheiße! Da kommt der Typ mit seinem Schwert. Ja, mach ihn weg. Wo bist du denn jetzt? Hinter dir. Steh hinter dir. Du konntest auch einen blauen Baum mit abfällen. Ich hab aber keine Axt. Sag das doch. Du hast doch nicht gepraten. Ich weiß nicht, was du jetzt machen wolltest. Ja, ich möchte gerne mehr als einen blauen Sapling, aber... Sind das denn hier, die Silverwoods, sind die blauen Hölzer, die du meinst? Ja. Nicht Hölzer, die blauen Bäume. Ah, die haben ja auch eine blaue Farbe. Ja, das ist normal bei blauen Bäumen, dass die blaue Farbe haben. Ich dachte, dass Hölzer war blau, nicht, dass nur die Blätter blau sind. Wo ist denn deine Workbench, wo du davon erzählt hast? Die hab ich wieder angepasst. Ja, da kann ich auch mit keine Axt machen. Oh, nicht. Hier muss ich mir jetzt alles neu machen. Ah, oh, Eisli ist da. Hallo, Eisli. Hallo. Irgendwie bin ich zu dumm Holz anzusammeln. Nimm dir jetzt mein Inventar voll, oder? Äh, das Spiel wollte mich ärgern. Wahrscheinlich. Mach ich mir halt meine eigene Axt. Ja, mach das. Wenn ihr mir nichts gönnt, muss ich das selber machen. Ja, richtig. Das ist voll unhöflich. Ich mach dir immer alles. Nee. Jawohl. Nee. Doch schon irgendwie. Nee. So. Balui, wie kann man sich das Expeditionsmodpack runterladen? Indem ihr einfach einen Vize-Wies-Loucher startet und eingebt, ähm, scheiße, wie ist das echt nochmal? Hast du das gerade gesehen, was passiert ist? Ja, ich hab eine Axt gebaut, mit der das einfacher geht. Hier. Ah. Hab ich dir aber vorher noch erzählt davon. Aber du hast, hast du nicht dieses, dieses komische Geräusch gesehen und dass ich da Ethereal Essence rausbekommen habe, oder? Nein, das hab ich nicht gesehen. Ethereal Essence war das auch. Oh, cool. Cool, cool, cool. Und noch eine, gibst du mir wieder? Das ist meine. Ja, nicht die Axt. Nehme ich aber auch. Und hier dein Silverwood Zeppling. Dankeschön. Bitteschön. Ja, so bin ich, ne? Dich supporten und nicht so wie du mich. Nee. Hintergehen hier. So. Okay. Willst du noch einen oder bist du jetzt glücklich? Ja, wir haben jetzt zwei Zepplinge aus, äh, zwei Wolken. Ja, irgendwie droppen die nicht so gut. Wir werden wohl noch mehr. Irgendwann da hinten ist noch ein Blauer bauen, wenn du möchtest. Gehen wir da hin. Den kannst du mal abbauen, dann hörst du vielleicht, was passiert. Was ist das? Ich weiß nicht, der Grabstein. Vielleicht ist da was drin? Oh wow, Knochen und eine Empty Map. Cool. Geil, die Empty Map darfst du haben. Treffi, hey, kann ich wieder mit auf den Server? Ja, du darfst mit auf den Server. Ähm, du musst mich eben anwispern, damit ich dir die neue IP geben darf. Kann, möchte, weil wir... Oh shit, da sind diese Koschen-Typen. Willkommen in Frieden. Was für ein Typ? Da rechts. Meinst du, die sind böse? Bitte hau ihn nicht. Nein, wir... Hau ihn mal. Wir ignorieren sie. Lass sie mal beten, das ist schon okay. Wir machen... Ich finde es nicht gut, wenn sie meditieren. Ja, dann... Toll, du findest niemanden gut, der meditiert. Ich stelle mich mal neben dich und schieße einen Pfeil auf sie. Ich weiß, wir wenden... Ich habe irgendwie Sorgen, wenn du es machst, mach mal. Nicht mich schießen, du bist einfach ein Pfeilidiot. Du sollst auf dich schießen, du blöd, Mann. Oh, da ist ein Wächter bei. Haben die den gerade beschworen, der hat auch vorhin nicht da. Er kommt auf uns zu. Hallo? Komm doch, du feuchte. Naja, er hätte... Wir ignorieren ihn einfach, Miri. Lass uns ihn ignorieren. Baut mal den Baum ab. Hab ich. Erster. Hast du das... Das dumm für dröhnen gehört? Nein. Lass sie doch einfach in Ruhe. Oder greif an. Eins vor beiden. Warum schreibt denn keiner von den Zuschauern was dazu? Dementoren in Minecraft. LP mit Jonathan. Ich lade dir den Vize-Beast-Loucher runter und dann gibt er einfach dein... das Pack-Code ein. Da gibt es extra eine Funktion Pack-Code. Soweit müsstest du eigentlich schon klarkommen. Weil ich kann jetzt leider nicht im Video auch noch erklären oder im Livestream. Das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Okay, das fand ich nicht so cool. Ah, das fand ich nicht so cool. Ich schieße mit komischen Bällen auch nicht. Wow. Ähm. Der kriegt fast keinen Schaden von mir. Lass uns gehen. Alter. Lass uns bitte gehen. Wo kommt denn der her? Der schießt mit Feuer auf dich. Was willst du eigentlich, ja? Komm her, komm her. Heart in your face. Oh, Feuer magier. Nein, ich mach keinen Schaden an dem. Also noch ein bisschen nur. Hier, Fallschaden, Deluxe. Komm, schieß doch, hä? Schieß doch. Ah, kann nix, kann er. Nix kann er, erstes Down. Bleiben noch. Was war das? Irgendwas ist explodiert. Okay. Hier brennt alles, der ganze Wald brennt ab. Ach, du Scheiße. Da kommt der Typ mit seinem Schwert. Ja, mach ihn weg. Soll ich Fire Spread eigentlich ausmachen auf dem Server? Warum? Ich hab ganz vergessen. Nicht weg, da auf sieh sein! Bist du denn des Wahnsinns? Der tötet mich doch instant, wenn er mich trifft. Stirb, du Crimson Knight. Oh, ein Buch. Er hat ein Crimson-Ritual. Er hat irgendein Ritualbuch hinterlassen. Der Wald brennt ab. Ja, warte mal. Ich mach mal. Game Rule Fire Spread Deny. Scheiße, wie heißt denn die Game Rule? Schreibt mal schnell einer. Mit Feuer. Game Rules. Scheiße! Äh, Game Rule. Ähm. Du Feiertick Deny. Ist das der Richtige? Ich hoffe. Da war was über dir. Huch. Willst du mein Freund? Yes! Hier kommt von irgendwas Schaden. Hinter dir, hinter dir! Ich seh nichts. Da ist ein neuer Crimson Knight gespawnt. Der wird mir nicht angezeigt. Bei mir ist da nix. Oh, cool. Okay, äh, Treffi, du kriegst sofort die IP. Warte. Oh, die sind alle hinter uns. Das sind drei hinter dir. Haben die getötet. Wow. Das sind drei hinter dir. Ach, nee, die tun nix. Die wollen nur spielen. Au! Verdammt. Hört mal auf den Wald. Das ist hin, was denn hier los ist. Miri, wir sollten auf. Scheiße, lass abhauen. Ich hab nur noch halbe AP. Brille! Verdammt! Und da kommen auch noch die ganzen scheiß Ifritz raus jetzt hier. Jetzt lauf! Ist denn falsch? Lauf! Fuck! Lauf, lauf, lauf! Nicht stehenbleiben! Nein! Wie war das nochmal? Wir haben doch Game Rule Keep Inventory an. Aber, denkt dran, ne? Wer dreimal stirbt, muss eine Viertelstunde für die anderen Leute arbeiten. Och, jetzt ist schon wieder gecrashed. Ach, was ist das denn? Du willst auch nur flüchten. Schon wieder OpenGL Error. Geil. Aber warum? Das weiß ich nicht. Das war damals so, als ich... Ja, ich hab Skype an. Liegt das wieder an Skype? Dann mach mal Skype aus. Ja. Hat das nur an, weil es Logifex nochmal was von mir wollte. Aber muss er dann halt anders mit mir schreiben. Ich hoffe, das ist alles. Ach, nee. Nee, nee. Das läuft bei uns, merk dir, ne? Läuft wieder super. Ach. Hier brennt alles. Da hat sich jemand... Ich hab denjenigen gefunden, der sich den Skype-Account bei Miri gemacht hat. Den können wir schon mal schlachten. Weil er folgt uns jetzt. Wenn ich jetzt noch den... Nee, bei Miri als YouTube-Account gibt's noch. Nee, Twitch-Account. Nicht Skype-Account. Twitch. Da hat einer bei Miri als Twitch-Account. Ach so. Weil du, wie kannst du mit dem Feiermark ja nicht einfach Bro-Fist machen und alles gut? Ja, das wär so schön. Aber ich glaub, die lassen sich da nicht drauf ein. Ich versuch's ja immer. Irgendjemand hat's ja geschlagen. Warum hab ich einen Effekt? Oh, Mann, oh, Mann. Oh, das ist von diesem blöden... Blöden Pilz. Cool. Pff. So, hier, ihr könnt ja gucken. Ganz spannend, was hier gerade passiert, Leute. Was machst du denn schönes? Ja, Minecraft starten. Super spannend. Hier ist ein Dorf. Hallo, seid ihr freundlich? Die Leute da in eurem Wald haben wir aus Versehen angegriffen. Aus Versehen. Baloui, stell dich in einen Pilz. Das ist ganz toll. Ja, muss ja wirklich super sein. Ja, hab ich vor fünf Sekunden gemacht. Hab ich dir doch erzählt. Ja, ja. Das hat einen guten Buff gegeben. Ja, war schön. So, das sollte jetzt theoretisch nicht nochmal passieren. Wir hatten das... Ich hatte das Problem schon mal. Wo hatten wir das? Genau, bei Apo Battle. Da war das gleiche Problem immer. Dass es crashed ist. Welches arme Schwein wohnt denn da oben drin? Her. Her. Her? Her. Kannst du mal raten, wo ich gerade bin. Weiß ich nicht. Her. Nee, heute gibt es kein Pokémon. Ist hier irgendwas, was ich klauen kann? Hallo? Warum ist da Nebel im Wald? Oder sah das nur so aus? Gruselig. Wie viele Leute sind denn jetzt auf dem Server, Miri? Weiß ich nicht. Drück mal Tab. Ähm, das ist Sexstück. Und du hast eine mega schlechte Verbindung. Ich? Ja, ich join ja auch gerade drauf. Das zählt auch gerade nicht. Her. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln. Oh ja. Ja, genau, Luna. Jack du mal so lange. Okay, wir sind jetzt sieben Leute. Gut, drei können noch drauf im Moment. Wo ist Miri hin? Miri? Ich bin schon vorgelaufen. Aber wohin? Ich bin geflüchtet. Du hast mich allein gelassen. Ja, aber wohin bist du geflüchtet? Da ist ein verzaubertes... Du bist weiter nach Süden gelaufen oder wohin? Lass mich doch nicht allein. Cool. Die Bewohner greifen das Skelett an. Ich hoffe, das war mal voll daneben geschossen, du Idiot. Hier, so schießt man richtig. Verrätst du mir jetzt, wo du bist? In einem Dorf. Ja, sag mir doch mal Koordinaten. Stehe ja unter der Minimap. Ja. 790. 20.800. Aha, also ist es mir einfach nach Westen geflüchtet. Jetzt konntet ihr, ihr seid zu zehnt und habt das blöde Skelett nicht einmal bisher getroffen mit eurem Pfeil. Sie sind stets bemüht. So macht man das. Oh, da ist noch eins. Jetzt habe ich auch noch einen Effekt. Jetzt bin ich wieder durch so einen Pilz gelaufen. Was für einen Pilzen das? Die sind pinken. Die so leuchten? Ja, bestimmt. Okay. Ich helfe immer wieder gern, wenn eure Stadt in Nöten ist. Diamond King, du hast die falsche Version runtergeladen. Du musst die Version 1.1.2 runterladen. Ach, da bist du. Hallo. Hallo. Wo bist du? Guck mal. Ich stehe hier rum. Hallo. Was ich gefunden habe. Huch, eine Holzstatue. Naja, kannst du mitnehmen für unseren Schlosspark oder so. Für die Sklaven unten. Ja, ja, für Sklaven. Guck mal, ist es bei dir auch so neblig? Wo? Nein. Überall. Kein bisschen. Oder was meinst du? In der Distanz? Hinten im Hintergrund irgendwelche Bäume oder wie? Hier nicht nur irgendwelche Bäume. Nö, hier direkt ist noch nicht so neblig. Ja, hier direkt nicht, aber ein bisschen weiter weg. Ja, wir haben die Renderdistanz etwas runtergesetzt. Auf 8. Nein, nicht die Renderdistanz. Ähm. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, unter freiem Himmel zu schlafen als Villager, mein Lieber. Ja, meins ist nur gut. Was ist das denn hier? Wood Storage Crate. Oh, da ist cooles Zeug drin. Hier, guck mal, du wolltest doch wissen, was für einen Effekt der Pilz hat, oder? Nee, will ich nicht. Guck mal her. Ah ja, ja, danke. Für nur sehr, ja, danke. Toll. Glow gut, super. Ich helfe immer wieder gern. Ja. Mann, was hätte ich nur getan, wenn du mir das nicht gezeigt hättest? Mein Leben glücklich und zufrieden weitergeführt. Ha. Ha. Irgendwie habe ich komisches Zeug gefunden. Gibt es schon eine Strip-Mining? Oh, guck mal, da hat jemand einen Kaktus im Blumentopf. Ist das nicht nett? Was ist das denn für ein Dorf? Das ist irgendwie ganz anders als alle Dörfer, die ich hier bisher besucht habe. Ähm. Wir wollen ja nicht stören, ne? Oh, das hat eine zweite Etage. Hier schläft der Sohn. Ach, eine Strip-Mining. Alter, okay. Ach so. Sorry. Sorry, klar. Ups. äh, musst Du Stone fragen. Ähm, Diamond King. Du musst am Anfang in dem Vize-Beast-Launcher kann man oben rechts die Version einstellen von deinem Server. Was machen die Katzen denn da schon wieder? Was du, welche Version du spielst. Und da gibt es halt Version 1, 2. Ja, ich hab, ähm, den... Du hast die Apotheke leergeräumt von den armen Villagers. Ach, die brauchen nichts. Das ist ganz schön assi, ne? Den geht's auch so gut. Oh, cool. Guck mal, der hat eine gelbe Rüstung. Der läuft in dem Dunkeln. Darf ich die bitte haben? Boah, ich mach keinen Schaden. Autsch. Okay, wir gewinnen. Ja, jetzt kann ich nur eine Stunde handeln. Ach, stirbt endlich. Hat der irgendwas getroppt? Eher Knochen. Tja. So. Ähm, was ist das da unten? Hallo, was bist du? Ah! Es ist ein... Es ist ein Wanderer. Ja. Es ist eine Wander-Truppe aus zwei. Cool. Hallo, was verkauft ihr so? Verkauft ihr mir was? Hallo. Oh, einmal Currywurst, Pommes, Mayo. Ja, bitte einmal. Hm, interessant. Er macht noch... Wenn ich ihn anfasse. Sehr, sehr zahmes Dorf. Haben wir denn da schon jetzt alles erforscht? Alle Räume einmal geplündert? Ich bin mir nix sicher. Ich glaube aber schon. Ja. Gab's. Ah! Ich habe das. Ich habe es hier.